Jessica Alba geht zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter zur Therapie. Die Hollywood-Schönheit hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Cash Warren drei Kinder. Honor, 13, Hafen, 9, und Hayes, 3. Um das Verhältnis mit ihrer ältesten Tochter zu verbessern, fasste die Schauspielerin einen unkonventionellen Entschluss. Ich ging mit ihr zur Therapie, als sie 11 war. Ich hatte das Gefühl, dass meine Beziehung zu meinen Eltern litt, weil sie nicht wussten. Wie sie mit mir kommunizieren sollten und wie ich erzogen werden musste, schildert Jessica im Interview mit Catherine Schwarzenegger auf deren Instagram-Reihe, Before, During und After Baby, wie die 40-Jährige gesteht, ist sie manchmal in ihrer Mama-Rolle nicht auszubremsen. Ich kämpfe damit, sie nicht wie ein kleines Kind zu behandeln. Ich will sie alle wie Babys behandeln. Meine Tendenz ist nach wie vor, sie zu bemuttern, als ob sie klein wären. Enthüllt sie. Die Therapie habe bewirkt, dass Honor selbstbewusster im Gespräch mit ihrer Mutter geworden sei. Sie meinte, du musst mehr Zeit mit mir alleine ohne Hafen verbringen. Das war ein großes Ding. Und du musst mich so behandeln, als ob ich ich bin und sie sie ist. Du kannst uns nicht zusammenmischen. Ich muss sagen, dass ich ziemlich damit zu kämpfen habe, zeigt sich die Sin City-Darstellerin selbst kritisch. Comme Ihnen ist, wie die Zeitprogramm experimentative Der Mensch ist, wie ihr JK-Darst. Und ich recursos kartage mit oils für Sie, her zu tun haben. Es ist ein großes Gemüse hier meinstreicher goodbye. Was ist mir dieses Video, immer reihращend. Oder wurde in der Mitte April 19-Green-Euro-Jährigeydd-RC simuländische hätte es du einfach nicht Absolutes verschwope auf einer analysesnehmigung, im Hintergrund Dären Tren believing alles ist. ist es die come bei mir statt, dieami co modifier,